okay ausrüsten 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 ich würde es bär zwar gerne benutzen aber seine gibt mir wirklich ein bisschen mehr resistenz dafür bräuchte eine träume rin okay ein kopfgeld apotheke ich will nichts stehlich verkaufen ok Ja, dann töten wir ihn, gehen zur Kopfkardiererin, gehen wieder zurück, erkunden den Rest hier und kaufen uns dann das Legendäre. Perfekt. Das Schlangenmaul. Ja, das gucken wir uns natürlich an. Das könnte ja etwas sein, was wir brauchen. Der Schlangen gibt es hier echt wie Sand am Meer. Boah, der Schweinemensch hat ja voll viel Leben. Boah, das ist ein guter Kamera, der nicht zu schnell stirbt. Ich frage mich jetzt, ob ich die Schlangen ausnehme und eine Schlangenrüstung mache. Weil die Bären sind viel zu selten. Hier finden wir wahrscheinlich auch wieder 100 Schlangen, oder? Ja, war doch klar. Na, die Giftimmunität habe ich hier nicht mehr. Ja, ich könnte es noch zweimal benutzen. Das ist mein Problem. Ich habe nicht mehr davon. Das ist jetzt eine Verschwendung. Hier hätte ich jetzt wirklich, wirklich viel Schlangenfell herkriegen können. Ach, du Heiliger. Ja, hier ist wirklich Schlangenparadies. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Und ich laufe in mein Meer rein. Ich kann hier ja Schlangenlärm der Rüstung machen. Ich brauche dafür fünf Dietriche, ehrlich. Hier sind viel zu viele Schlangen. Ich brauche, ich brauche dich. ja toll mit den ganzen die ich jetzt hätte halten können hätte ich bestimmt genug gehabt um das noch einmal abzugraden zwar 100% jetzt kann ich es nicht weil ich nicht genug werkzeug dabei habe ja kann ich rüber ich habe alle getötet das schlimme ist den ort finde ich auch nie wieder weil das war ja nur so ein spontan event dass das ist ärgerlich und so viel schlange bestimmt sieben erstklassige schlangenfälle gekriegt 100 prozent das da war noch was zusätzliches oh gott sirenen gira ach du heilige ich hoffe das war das einzige gewesen hier war schon eine hausnummer schaufel spitz axt schaufel ert schaust lleg oh schaust schaust ok da wird es nach unten gehen komm hier gibt es doch bestimmt noch was ok ich könnte hier noch hinabsteigen das war jetzt wirklich überraschend wenn ich erwarte dass zwei gleich kommen es gibt schlimmeres wow das hat sich ja richtig gelohnt dann gehen wir halt den anderen aufzug runter hoffentlich lohnt er sich mehr ja wir können es eigentlich noch minen oha wie viele sind das jetzt schon wieder ok oha der erste explodiert obwohl es ein serienmännlich die sind voll explodiert das mit inventar schon wieder voll zack zack ok das bist du auch nicht so einer oha der ist ja wirklich stark unterwegs und was soll ist das das denn für ein riesen loch ruhig darunter nicht wirklich komm irgendwas wertvolles wird das schon drin sein Nein Echt nicht Auf jeden Fall Hier geht es sehr tief runter Naja, wenigstens habe ich alle umgebracht Zählt doch auch Hoffe ich Das ist das Ende Ein Schweinemensch Ja, wir helfen dem Joe Da haben wir vorher auch geholfen Hier nehmen wir lieber die andere Waffe Okay, ich schaffe es noch bevor er stirbt Ja, haben wir noch geschafft Okay, ich schaffe es noch nein erst mal nicht sorry nein ich habe doch schon schwein über eine bande jetzt bin ich schon ein arschloch ich habe es doch gar nicht so gemeint ok da kommen wir finden wir aber bestimmt was vielleicht so ein piek aus anscheinend nicht war hier im schrank ja ja ok langsam geht mir die munition aus naja fehlen mir noch zwei stück ja ich die schrotpünde kann ich nicht nehmen dafür bin ich bei denen immer zu weit weg ja ja Boah, die hauen ja wirklich alle ab. Na jetzt ist aber leider einer entkommen, also einer wird definitiv Rache nehmen wollen. Na ja, gibt's schlimmer was. Okay, was hatte die Schrotwinde? Werden 5% von der Rüstung ignoriert? Okay. Dann rüsten wir natürlich das mit der Fähigkeit aus. Und den Rest wie immer weg. Okay. Ja, hätten die wenigstens was gutes. Klar, wie das sie so stark sind, finde ich echt wenig Loot. Das heißt wenig Loot, nichts überdurchschnittlich Gutes. Perfekt. Jetzt holen wir uns noch die Kopfkaliere gehören und dann ist unsere Bande wieder voll. Okay. 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 Auf jeden Fall. Oh, die hat auch gut Leben und gut Ausrüstung. Ah, sie hat noch einen davon. Das kann ich gleich an mich nehmen. Warte. Wie viel? Sie hat drei Stück. Dann gebe ich ihm auch drei. Zack. Ja, alles damit brauche ich auch noch nicht. Wo schon hat sie noch die Triche? Nein. Ich brauche auf jeden Fall noch ein paar die Triche. Ich denke, die können wir uns sogar hier holen. Ich könnte aber auch gucken, ob ich hier die Waffe upgraden kann. Zumindest die hier. Mal zehn Gold haben wir doch bestimmt. Ja, sieben Silber auch. Nur fünf. Okay. Ja, aber mit das, was in der Bank ist, haben wir bestimmt genug. Okay, ich hätte gern 300 Pfeile. Ja. Und die Werkzeuge. Die Werkzeuge schaden nicht. Na, hat keinen Spezialeffekt. Verkauf ich. Schmied Waffenladen. Oha. Oha. Das normale ist kurz, mittel. Auch kurz, mittel. Aber fünf Schuss. Und das ist die legendäre davon. Wow. Okay. Die finde ich hier. Merke ich mir auch. Okay. Ich werde erstmal sagen, das war's fürs Erste. Damit ich die Folge auch noch für morgen hochladen kann. Aber wir sehen uns wahrscheinlich später wieder, werde ich nochmal so zwei, drei Stunden spielen. Dann bis später. Ciao. Dann bis später. Dann bis später. Dann bis später. Dann bis später. plejan.